Liebe Freunde, Shalom! Den Wochenabschnitt, den wir gleich entgegen gehen, boh! Die letzten drei Plagen sind in diesem Abschnitt und dann kommt der Auszug aus Ägypten. Den großen Auszug, die gesamte jüdische Volk, verlassen endlich Ägypten nach langen Jahren von Sklaverei und Schwierigkeiten. Wie ein schöner Abschnitt, Abschnitt im Leben des Volkes, so kann man es sagen. Und dann am Ende von dieser Parascha gibt es einige mit Worten, um diesen Auszug zu erinnern. Einige von denen ist Tfilin, Pidionaben, den erstgeborenen Kind in seinen 30 Tagen zu erlösen und so weiter. Dann, es gibt einen Satz, die sich wiederholt. Immer wieder, und wir sagen das auch bei unseren Gebete. Und es laut folgendes. Denkt an dem Tag, an dem ihr aus Ägypten gezogen seid. Denkt an dem Tag, das sagen wir beim Morgensgebet, bei Schma Israel im dritten Abschnitt, da sagen wir am Ende unserem Morgensgebet, da sagen wir am Abend bei Schma Israel immer wieder. Denkt an dem Tag, den Auszug aus Ägypten. Und das ist ein interessanter Punkt. Was habe ich dann so viel zu denken? Am Abend habe ich schon von meinem Morgensgebet total vergessen? Was ist hier eigentlich so wichtig? Dass ich ständig daran denke. Was heißt denken? Denken und nicht vergessen? Dafür gibt es heute viele Mittel. Es gibt Google Reminder, Google Calendar, was weiß ich. Einfach um zu erinnern und nicht vergessen. Weiterhin. Sorry. Nur der Auszug aus Ägypten ist wichtig. Was ist mit den weiteren kleinen Auszügen? Oder auch großen Auszügen? Wenn wir ausgezogen sind von den Philistern, mit der bestimmten Kraft und Macht von David. Wenn wir ausgezogen sind aus Babylon, aus Persien oder wieder aus Israel. Was ist damit deutlich gesagt in diesem Auszug? Vielleicht müssen wir auch erinnern, den Auszug aus Russland in den Anfang 90er Jahre. Sagt uns die Tora, guck mal, den Auszug aus Ägypten hat uns freigemacht von Sklaven zum freien Menschen. Und das ist schon was Besonderes. Was heißt freie Menschen? Es kann sein, dass wir haben schwer gelitten im Verlauf von Diaspora. Aber wir sind schwer gelitten von verschiedenen Völkern, von verschiedenen fremden Beherrschern, egal ob in Israel oder im Ausland. Wir haben gelitten. Aber wer ist wir? Nur unser Körper konnte untermacht von den anderen sein. Unsere Seele ist immer frei. Unsere Seele bleibt frei. Und ab wann ist unsere Seele frei? Ab dem Auszug aus Ägypten. Seitdem, unsere Seele ist eine freie Seele. Also, denkt an dem Tag, bedeutet, nicht denke und nicht vergesse. Sondern erinnere immer wieder, deine Seele ist aber frei. Egal, was deine Mitmenschen sagen. Egal, was die Werbungen auf die Straße zu dir andeuten. Egal, was die Freunde dir versuchen, auf dir einen bestimmten Einfluss zu nehmen. Du bist frei in deiner Seele. Anders zu leben. Fröhlich zu sein. Jüdisch leben. Zu deinem Volk gebunden werden. Das ist schon wichtig. Jeden Tag und nicht nur einmal zu erinnern. Du bist eine freie Person. Du bist eine, die vielleicht lebt auf dieser Erde. Und dein Körper muss schlafen gehen, essen gehen, arbeiten und viele tausende andere Sachen. Aber im Seele bist du frei. Im Seele, du gehörst woanders. Du gehörst zu einem geistigen Niveau. Du gehörst zu dem Schäfer von dieser Welt. Um das zu verstärken. Wir haben immer die Unterstützung von den großen Weisen. An diesem Schabbat, wir bezeichnen auch den 10. Schwatt. Den Todestag, also den verabschiedeten Tag von dem 6. Chabbat Rebe und den Anfangsführung von unserer Rebe. Der 7. Chabbat Rebe. Rabbi Menachem Mendelschneroson. Wenn wir eine Stärke suchen, wie kann ich weiterhin frei fühlen? Wie kann ich weitere Aktualisierungen geben? Von den alten Texten zu unseren Zeiten. Wende bitte. Sei gebunden an die großen Weisen, an Hashems Menschen auf der Erde. Dann, wir sind schon woanders. Dann können wir alle Schwierigkeiten gut nicht nur überleben, sondern damit auch frei sein und neu planen, weiterdenken. Bis auf, Mashiach. Alles Gute und Shalom aus Berlin.